Irgendwie ist Burna auf jeden Fall besser als alles andere. Die Sarah macht 100.000 Hashtags posted, aber den Twitch-Link nicht. Ist er nicht drin? Nein. Ich hab das neu eingerichtet bei Stream Deck. Stimmt. Und hab den Twitch-Link vergessen. Das hab ich gleich noch. Gut, alles was ich nehmen soll ist schon weg. Ich könnte eigentlich mal durch die Spiel. Ich spiele auch Laien. Ich stelle was für dich. Was ich heute so gemacht habe. Katze rausgelassen, Katze reingelassen, Katze rausgelassen, Katze reingelassen, Katze rausgelassen, Katze reingelassen. Katze rausgelassen, Katze reingelassen. Miss. Das ist ganz kurios, ähm, ich hab nen alten Kumpel hier irgendwie im Channel, der jedes Mal, wenn mein Channel beginnt, kommt der automatisch rein. Irgendwie weiß nicht, wieso. Er ist automatisch als Zuschauer eingetragen. Ja, vielleicht mag er dann. Vielleicht hat man nicht ohne geopfert. Ne, ne, der guckt, der guckt ihn nicht. Der sagt, dass er nicht guckt, aber er guckt. Ne, ne, er guckt's wirklich nicht. Der ist, der spielt zurzeit Star Citizen ganz viel. Hinten auf den Stairs war grad einer. Oh, einer geht drauf auf dem PC. 5 seconds to insertion. Das hab ich mir auch gekauft, aber irgendwie nicht gespielt ist, ja. Äh, da ist auch nicht sonderlich viel. Ich mein, ich muss es wissen, ich hab da, wieviel? 2500, 3000 Euro rein? Boah. Okay, wow. Die werden nicht fertig, ne? Wahrscheinlich nicht, aber schauen wir mal. Ich weiß nicht, was sie aus. Ich muss mich zügeln. Ja, ich hab da, glaub ich, nur ne Starterback gekauft. Das ist das. So, ich werde diesmal runter rappeln, ohne zu sterben, ne? Yeah! Achso, Sava, da war jemand drinnen bei ihm, ne? Den hab, ich hab einen umgebracht. Okay, das lassen kann man. So, Sava, bin hinter dir. Komm, wenn man nicht vor soll. Jetzt. Niemand mit Freaches hier? Niemand mit Freaches. Ah, bist du weit weg. Auf der Treppe ist Kapp, da ist Kapp. Kapp, kommt hinter dir, Sava. Ja. Cavera hinter mir, Kapp ich. Danke, danke, danke. Cool. Dann schauen wir mal diesen Genossen hier an, wo steht der denn? Hallo? Ah, hier ist er. Wenn du dran gehst, da war noch ne Elam, glaub ich. Oder irgendwie sowas. Cool. Kapp, hast du runtergefallen? Nö, er ist runtergefallen. Und deswegen hab ich ihn geheadshottet. Ah. Guck. Oh, aber der runtergefallen ist. Monty, best attacker. Das war das denn gerade. Wenn er nicht runtergefallen wäre, dann wär's das jetzt. Ich hätt ihn ja nicht getroffen so. Das ist bitter. Oder willst du... Hi, Jones. Willkommen im Stream. Und auch den anderen... Ian Jones? Ja. Hi, Jones. Das ist einer von meinen Viewern. Hey, nice. Willst du Smoke spielen? Montagne, best reinforced. Sag einfach Chris. Ich weiß gar nicht, was du für einen Namen dir immer ausdenkst. Wir haben ja zwei Seitennamen für dich. Einfach Chris. Einfach Chris. Einfach Chris. Oder O5. O5 geht auch. Könnt ihr eigentlich durchsetzen, dass ich mich fett für immer nennen kann? Nein. Ich habe übrigens dauerhaft den Finkaboost im Ohr. Cool. Ich hab jetzt auch grad diesen Buzz die ganze Zeit. Ja. Okay, wo willst du ein Fenster haben? Die Zuschauer bitte nicht wundern. Ich hab alle Textunen und sowas nach unten geschraubt. Ähm, damit ich... Ich sag's nur schon mal. Passt doch diese Fenster hier oben auf. Ja, kompetitiv. Sehr gefährlich. Lebenswort. Ähm, wo wollen wir ein Fenster haben? Kann wir hier noch reinforcen? Du hast die... Die Wände sind falsch gesetzt, um Fenster anzubringen. Das ist jetzt das Problem. Komm mal mit. Komm mal mit. Ich zeig dir mal ein Fenster. Tu mir mal bitte hier ein Fenster hin. Hier. Ja. Unverstärkt. Dank dir. Oh, dieses Geräusch ist ganz furchtbar. Oh, dieses... Oh, man. Das ist echt nervig, ja. Ja, Chris auf Deutsch. Genau. Okay. Und stopp. Oh Gott, das Telefon auch noch. Hm. Blitz vorm Fenster. Blitz ist der Soundfake. Oh, Gott sei Dank. Bei mir auch. Ich geh mal ran. Hallo? 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 Lol. Oh, ich wurde... Oh, ich wurde... Gläs ist da vor dem kleinen Fenster. Dokka B kommt vorne. Äh, Server. Server kommt Dokka B, genau. Sie hat zweimal hintereinander angerufen und sie hat nichts mehr. Line. Fuck. Ja. Ich glaub, da sind welche rein. Hab beide. Schön. Ihr müsst rein, Leute. Geh sichern. Hallo? Yo, yo. Rein, rein, rein. Gott. Ich bin irgendwo verpasst. Der, ja, der, der, er hängt oben im Schreibtisch fest. Er kommt nicht runter. Das ist ja bitter. Ach. Ach, Mann. Rick war auch kurz im Stream und ist gleich wieder gegangen. Das Gefühl kenne ich. Ähm. Shit. Wen nehm ich denn? Wen nehm ich denn? Ich. Wir haben ja nicht hostage. Moment, warte. Nicht mit der AK. Mit Schild, jawoll. Das Schild. Ihr wisst schon, was ich spiele. Warum mit den Spielern, ne? Das ist der einzige Grund, warum wir richtig spiele. Rainbow-Spieler. Weil, da gibt's einfach mal Leute mit dem Schild, die, äh, nicht 100.000 HP verlieren, wenn sie getroffen werden. You need to locate the biohazard container. So. Komm, das holen wir uns jetzt. Jetzt machen wir sie nass. Ah, die haben Vigil. War ja klar. Seit Ella nicht mehr so oft gepickt wird, picken sie halt Vigil. Armory is fine. Hey, guck mal. Vigil is in Armory. Nee, die nerfen wir noch mal Vigil. Dann tick ich aus. Ah, der verstärkt oben. Jetzt erst mal Rage-Post und kotzt die mal aus, Fred. Nein, der hat meine Drohne gesehen. Hey, Haubentower. 5 seconds. Proceed the biohazard container location. Geh mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte. Oh, warte, ich bin grad mit Monty. Läuft. Hier war ein Rotpunkt, habt ihr einen Rotpunkt? Nein. Nein. Du hast einen Rotpunkt, gut. Warte. Nicht hinkommen. Obwohl, Chris, komm mal her. Ich komme. Du mir mal einen Gefallen. Setz mal bitte hier ne Charge, und zwar hier in die äußerste Ecke. Okay. Okay. Oh, du bist so ein Stepp. Okay, sag mir mal, wie du nicht zünden sollst. Zünd, 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 zünd. Deck dir mich. Ich mach jemals auf. Vielen lieben Dank für den Follow. Vorsicht, Vorsicht jetzt da vorne. Ja. Wie viel von mir? Oh, die sind für mich so verbuggt, die scheiß Ivana-Dinger. Ja. Ich hab ein bisschen getroffen, aber leider nicht genutzt. Kev tot. Was? What? Ah, ich see. Der hat meinen Rücken gesehen. Ja. Schöner Rücken kann er auch entzicken, ne? Ja. Ich hab viel davon. Nein, unten von der Treppe, Stepp. Ja, ist zu spät. Bitte schön. Okay. Ai, ai, ai. Die machen sie aus. Nix da, Tante Finca ist noch hier. Da muss ich mich beeilen, solange mein Boost noch gilt. Da muss man auch einfach mal einen Carlton raushauen, wenn er so spielt. Nice. Ja, das machen wir jetzt gleich nochmal. Carlton, weil die so schön gespielt haben. Ich hab den Dancing Carlton von mir gekriegt für ihr Spiel. Nice. Glaubau, wurde vom Battle Eye gesperrt, der Arme. Tschüss, Glaubau. Bye, have a great time. Das ist so geil. Bye, have a great time. Oh, jetzt ist es. So, wo ist das Fenster? Blöde Drohne. Dann halten. Hast du grad die Drohne getroppshottet? Ja. Ja, ist das Absicht, dass dazu... Ähm... Eine fehlt? Wahrscheinlich eher nicht. Okay. Wenn man schon... Wenn man schon so fragt, weißt du... Wollt ihr die Mira-Window haben? Ähm... Eins kannst du bitte hierhin machen. Jawoll. Angetackert. Okay. Und eins... Ähm... Ja, das ist denke ich mir auch. Grafen. Ja. Und zwei für Kreis setzen. Hier kannst du dann einzeln machen. Was wir in die Ungefechte waren... Klingeln! Hier, guck mal hierhin. So, dass du hier dahinter stehen kannst. Sportfenster. CCTV. Shit. Wo? Gleis 1HP. Draußen beim Sportfenster. Draußen rennt was mit chillen drum. CCTV. Ist irgendwas aufgegangen? Ja. Da ist Finka. Hinten drin Richtung Armory. Ich bin Armory. Ich habe sie angehittet. Ich weiß nicht, wie störend das ist, wenn man Grümel auf dem Mauspad hat. Mhm. Diese offene Wand stört mich ja total, Alter. Die ganze Schießt im PC. Dass die nicht auf die Tür kommen, raufzugehen. Da ist ein Blitz. Da vorne. Hä? Ich habe den nicht gesehen. Hä? Hast du ihn gesehen? Ja. Hä? Ja. Niemals. Niemals. Da war gar nichts, Alter. Komm, da ist noch einer drin. Grüß. Da. Da. Auf die Füße. Auf die Füße. Wenn er kommt. Auf meine Wand an der Seite. Schieß. Nein. Verloh. Ihr lasst mich alleine, ne? Das ist er nicht. Oh? Sie verschießt ein Magazin in den Tod. Schieß. 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 Oh, Gott sei Dank. Okay, jetzt kommt einer Main-Tür. Auf der Main-Tür. Links. Links. Links, 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 links. Die Doppeltür. Weiter links. Die Doppeltür. Da kommt was. Ach, schade. Schade. So knapp. Es tut mir leid, dass ihr das nicht ansehen musstet. Nein, du hast die, du hast die Ziergut geworfen. Pack den Schalldämpfer runter von der Mira. Wirklich. Ja, du musst unbedingt den Schalldämpfer runternehmen. Die macht weniger Schaden. Was? Schalldämpfer auf der Rauf? Shit, ey. Ja, tu einen Kompensator drauf. Du machst mit der Waffe elf Schaden. Warum habe ich Schalldämpfer da draufgepackt? Jan, nimmst du? Ja. Dinge, die ein Noob tut. Na, Quatsch. Mit Schalter im Fazit den besten Recoil. Rigg würde dann auch gerne mitspielen. Dann könnten wir ja aufteilen. Wir müssen den Biohazard Container. Kriegen wir denn einen Trupp für Rigg zusammen? Ich werde nicht rankt mitmachen. Nee, wenn Rigg spielen will, würde ich gerne mit Rigg spielen. Jo. Das ist ja kein Problem. Ich habe auch Freunde, die wollen Overwatch mit mir nachher spielen. Ach so, gut. Dann würden wir Rigg einfach für dich nach... Du hast das Zauberwort gesagt. Dann ziehen wir einfach Rigg nach, wenn ihr dann Overwatch spielen geht. Ja. Ich habe so eine kleine Dampflok hinter mir. Mal gucken, ob er jetzt wieder am idioten Spott steht. Da ist gerade was an der Treppe gelassen ist. Kommt Richtung Steff. Hier steht er nur rum. Ja, da ist was drin. Das ist ein Smoke. Wo bist du? Warte, ich komme. Hier. Er hat gerade ein Smoke verschwendet. Ich hoffe auch, ja. Ja, verschwendet es ja nicht. Jetzt gibt es nicht diesen Typen. Dieser Typ ist echt nicht normal. Dass der aber einsteckt. Sorry. Wo steht er denn? Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Genau da. Wunderschön. Warte. Warte, 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 warte. Rechts ist... Ah, hier ist, äh, etwas. Könnten Lesions sein. Oder ne Valve. Ja, die stehen oben wieder drauf. Warte. Ja. Die Valve. Ja, komm zu mir, komm zu mir. Ah, ich kann das jetzt, die Valve. Zwei sind vorne für Ruhe. Diese Valve ist so krass, Alter. Wow. Die stirbt nicht. What the fuck? Weißt du immer, wo die letzte Ding war? Ähm, der Typ. Guten Abend an alle. Guten Abend. Die Nae muss es halt wieder machen, ne? Ja. Verkackt, wie die ganze Zeit da ist, ne, der Ding. Ich ist da. Jetzt holst du sie ab. Scannen sie noch einmal und dann geht ein. Oh, da war ihr offen. Ich hab da überall aufgemacht. Ich hab da nicht aufgemacht. Ich hab da nicht aufgemacht. Das hat sie wohl. Tschüss, Elemeer. Da schaut das Mieterfenster und piepen. Ja. Scheißfenster. Das hat sie auch gemerkt. Ach, scheiße. Die Wand ist verstärkt von oben. Hm. Vermute mal, dass die da irgendwo noch sein wird. Hast du die Drohne noch? Ne, ne? Die hat die kaputt gemacht. Ich glaub auch. Ich würde dir empfehlen, raus an mein Loch zu gehen. Ich glaub, ich hatte vorhin mal noch ne zweite Drohne. Na guck at du. Weil dann weißt du, ob sie... Ja, sie aimt es nämlich ab. Im Gang. Kann ich da hinten durch das Loch eigentlich durchgehen? Ja. Ich muss jetzt aber weiter rein. Auf die Linie. Oh, nein! Das war ein Trade, oder? Sie ist doch umgekippt. Nein, das ist nicht. Nein, sie spielt doch nicht ernsthaft. Ich weiß, ich finde Leute, die ohne Visier spielen, toxisch. Vielleicht hat er noch kein Geld gehabt. Ah, nee, warte, die Visier sind jetzt kostenlos. Eben das. Chris mit zwei grandiosen Kills. Uh, ich bin nützlich. Das war, das war wirklich, wirklich grandios, was du gemacht hast, mit denen zu viel. Genau richtig, um The Chief's Daily Challenge zu kriegen. Nice. Wollen wir gleich die nächste Runde? Jo. Na dann. Bei mir meldet sich noch keiner. Nein, viele machen, Leute!